Also, Minecraft besteht hauptsächlich aus Blöcke. Man hat eine grenzlose Erschaffungsvariante, zum Beispiel, man kann eine Rakete bauen, eine Schule. Des Weiteren gibt es keinen Zeitdruck bei Minecraft. Nicht so wie bei Super Mario, bei da muss man in 5 Minuten die Prinzessin retten. Als erstes haben wir uns überlegt, dass wir das Football-Feld am Boden bauen. Aber da sind zu viele Probleme aufgekommen, weil wir mussten den ganzen Boden nochmal auskommen. Und das hätte viel zu lange gedauert. Deswegen hatte dann ein Kamerad von uns eine Idee, dass wir das vielleicht im Himmel bauen könnten. Und das hat dann auch sehr gut geklappt. Es war natürlich viel Aufwand, deswegen waren wir ein Viererteam, dann Ash. Und der Leon. Hi! Und neben mir ist der Ryan und ich bin der Fabian. Sobald wir dann den Umriss hatten, haben wir den Umriss mit grünen Wollblöcken ausgefüllt. Dann haben wir außen herum noch ein bisschen Erde gemacht. Damit es echter aussieht. Und dann noch einen Zaun hoch. Also wir haben natürlich auch alle Elemente eines Football-Felds eingebaut. Wie zum Beispiel die Yard, die die Meter beschreiben, also Anzeigen. Und die Touchdown-Linie. Also wir haben 27 Minuten gebraucht und dafür sind wir alle sehr, sehr stolz. Und dann haben wir skeetzt. Vielen Dank.